30 weitere Containerplätze für Flüchtlinge, Ferialpraktikanten gesucht und ÖSV-Marketingchef Reiter in der HLW Amstetten. Herzlich Willkommen meine Damen und Herren im 4 aktuell. Derzeit betreut die Erzdiözese St. Pölten rund 1.100 Flüchtlinge. 30 weitere Grundversorgungsplätze werden nun in Zusammenarbeit mit der Caritas im Stift Melk mit Hilfe von Containern geschaffen. Die Betreuung von Flüchtlingen in Grundversorgung übernimmt die Caritas zusätzlich zur bestehenden Verantwortung über die Transitquartiere. Insgesamt betreute die Caritas St. Pölten seit Jahresbeginn etwa 20.000 Flüchtlinge auf der Durchreise. Die Stadtgemeinde Amstetten bietet auch 2016 rund 80 Jugendlichen die Chance in den Ferien einer Beschäftigung nachzugehen, um erste Erfahrungen in der Berufswelt zu erlangen. Dabei ermöglicht die Stadtgemeinde Amstetten sowohl die Absolvierung eines Pflichtpraktikums als auch eine Tätigkeit als Ferialarbeitnehmer. Bewerbungen sind bis spätestens 31. Jänner 2016 an die Personalabteilung zu richten. Im City Center am Stetten ist ein Dieb sehr dreist vorgegangen. In einem Sportgeschäft hat er seine alten Turnschuhe gegen neue getauscht. So ist der 48-Jährige mit den neuen Sportschuhen im Wert von 130 Euro ohne zu bezahlen aus dem Geschäft und hat seine alten im Regal zurückgelassen. Die Verkäuferinnen wurden allerdings rechtzeitig genug auf den Dieb aufmerksam und alarmierten sofort die Polizei. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der Rumäne schnell gefasst werden. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Und Mario Reiter, Olympiasieger von Nagano 1998 in der Kombination, ist heute Marketingchef des österreichischen Skiverbandes und war in der Hall W am Stetten zu Besuch. Mit Schülerinnen und Schülern der höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe diskutierte Reiter über Sportfinanzierung, Eventmanagement und die wirtschaftliche Bedeutung des Skisports. Dass ohne Skisport viele Alpine und andere Regionen wirtschaftlich schwach wären, führte er sehr eindrucksvoll vor Augen. Meine Damen und Herren, das waren Sie Informationen von M4 Aktuell. Ich wünsche noch weiter gute Unterhaltung mit dem Programm von M4 TV, Ihrem Mostwirtelfernsehen.